Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und wie ihr seht, dadam, ich habe einen Helikopter, ja ganz genau, ich habe einen Helikopter, denn das Ding ist, Gangster New Orleans ist ja relativ neu, so heißt das Spiel übrigens, das ist der neueste Teil, Gangster Teil von Gameloft und ja, anders als in Gangster Vegas, in Gangster Vegas gab es ja Flugzeuge sowie auch Boote. Gut, gibt es hier in dem Spiel nämlich nicht, ich bin jetzt hier im Flughafen, diesen Hubschrubber habe ich aber hier nicht gefunden, nein, den habe ich mir stibitzt, nämlich gibt es einen speziellen Trick, den zu bekommen, denn wer ihr das richtig verstanden habt, gibt es hier in New Orleans so in der freien Map keine Flugzeuge sowie Boote zu finden. Wie man Boote findet, weiß ich nicht, aber ich habe gerade herausgefunden, wie man einen Helikopter bekommen kann und das ist ganz simpel einfach, wir müssen uns gleich in einer Polizeijagd begeben, ich kann euch auch mal kurz eben zeigen, weil den habe ich mir gerade schon bestibitzt, den können wir jetzt auch hier wirklich rumfliegen, nur hier auf dem Flughafen so, ja, ohne den Trick, den ich euch zeigen werde, werdet ihr hier keine Boote sowie, ja, es geht ja jetzt hier um Hubschraube bzw. Flugzeuge, werdet ihr hier keine Flugzeuge oder Hubschrauber finden, den findet ihr nur mit einem kleinen Trick, äh, beziehungsweise, was heißt finden, den klauen wir uns mit einem kleinen Trick, nämlich von einem Polizisten, deshalb müssen wir die Polizeijagd starten. Gut, ich werde den Helikopter jetzt mal hier lassen, denn, ähm, ja, wir werden uns ja jetzt eh einen neuen holen und ich möchte euch in diesem Video halt, wie gesagt, zeigen, wie ihr den bekommen könnt. Auch hier im Hubschrauber, äh, hier im Flugplatz oder so, hier oben im Chat, da wird tausendmal gefragt, so, wo findet man hier einen Helikopter oder sonst was, findest du hier so nicht, die gibt es hier so im Spiel nicht, außer du käufst du die oder du gewinnst die, so, wir nehmen mal direkt das Auto hier, was hier ist, denn, äh, das können wir gleich mal eben kurz gebrauchen, ähm, wir können ja nochmal eben direkt abknallen, mit Hoffnung, ja, keine Polizisten kamen, gut, wir müssen jetzt nämlich gleich, äh, wenn die Polizeijagd startet, direkt zu einer Location, ähm, es, äh, die war hier, das ist nämlich so eine Brücke, da müssen wir hin, wenn wir gleich, äh, die Bullen hinter uns her haben, so wie, ich muss mal hier ein bisschen Randale machen, gut, jetzt sind wir, jetzt sind die Polizisten hinter uns her, das ist immer auf der Karte, wir müssen natürlich die Bullen am liebsten, wir brauchen mindestens drei, zwei Sterne, äh, damit der Helikopter übrigens auch erscheint, ja, drei Sterne haben wir, gut, jetzt, äh, wir gehen uns mal direkt zur Brücke hin, so, hier, ihr seht's ja hier, das ist die Brücke, die, ich kann euch die in der Map nochmal zeigen, die ist hier zwischen, zwei Gebieten, okay, das Spiel ruckelt gerade, oder, ah, ne, doch nicht, so, einmal zwischen Lucky Lucius und Prinz Edgar, dazwischen diese Brücke hier, äh, da müssen wir hin, das gibt's auch, das hab ich bei Gaming Grizzly oder wieder, oder, ich weiß gar nicht mal, wie der nun hieß, da hab ich nämlich auch schon mal einen Trick gesehen, da gab's nämlich hier irgendwo in der Stadt auch noch so eine andere Location, aber ich zeig euch jetzt die, die ist auch am einfachsten, finde ich, so, wir, wo ist der Motorradfahrer, ach, der ist schon wieder weggespawned, so, wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen rumballern, einfach, damit die Bullen wieder kommen, wir müssen, wie gesagt, brauchen mindestens drei Sterne, ja, man, nice, ja, wo bleibt denn der jetzt, weil, äh, das Zwar-Team, das ist jetzt nicht so eine gute Idee, wenn die jetzt auftauchen, funktioniert ja super, Mist, gut, wir werden jetzt noch einmal kurz, äh, außenrum fahren, vielleicht, ja, es ist für mich selber grad neu, so, ich, äh, ich hab's grad auch das erste Mal nur geschafft, und dachte mir, das muss ich direkt aufnehmen, irgendwie scheint's ja jetzt nicht so, so, die Bullen sind wohl wieder weg, losgeworden, ich glaube, ich werd mal eben kurz das Spiel neu starten, wir sehen uns gleich wieder, so, da bin ich wieder im Spiel, jetzt heißt es natürlich auf neues Glück hoppen, dann würd ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Bullen wieder hinter uns her sind, bis gleich, so, da seht ihr gerade, da ist der Helikopter, das seht ihr an der Map, dieses Kreuz, was sich da dreht, das ist der Helikopter, so, und der ist jetzt gerade auch hinter uns her, merkt euch eben kurz diese Stelle, also, das heißt auf jeden Fall wirklich, wenn man einmal den Helikopter geklaut hat, dann, äh, ist man am Arsch, also, wenn man den nochmal klauen möchte, jetzt müssen wir hier irgendwie durchhalten, weil ihr seht, der Helikopter zieht jetzt seine Kreise, der kommt aber gleich wieder, so, ich will noch nicht wieder vier Sterne hier bekommen, so, okay, der ist jetzt, ah, der knemmt da oben jetzt fest, na, das ist ja ganz toll, das ist ganz toll, das sollte, der soll da eigentlich gar nicht runter, äh, Mist, okay, aber er kommt wieder weg, alles klar, gut, ja, er muss, äh, er muss auf jeden Fall hier runter kommen, das ist doch die, ist das jetzt die richtige Brücke überhaupt, ja, das ist die richtige Brücke, das wäre jetzt auch noch gewesen, also, es hat ja vorhin geklappt auf jeden Fall, ich habe mir das ja nicht eingebildet, deine Schnauze, ah, wie bitte, nein, boah, das kann doch nicht sein, oh, äh, mir ist gerade beim Videoschneiden etwas Interessantes aufgefallen, ich blende euch mal kurz die Stelle eben ein, nämlich da war, das war auch auf der Brücke, da war der Helikopter relativ tief halt, und, ähm, ja, das wird einen Grund haben, weil ich bin, ich will nicht aufgeben, ich habe es ja vorhin geschafft gehabt, also, ähm, falls das Ganze jetzt hier klappt, äh, habe ich ungefähr eine halbe Stunde von der letzten Aufnahme noch weggeschnitten und das ist jetzt hier gerade eine neue Aufnahme, deswegen sage ich gerade, beim Schneiden ist mir das aufgefallen, ähm, ja, wir schauen jetzt einfach mal, ich fahre mal eben zu kurz zur Location, werde nebenbei natürlich ein bisschen Scheiße bauen, damit wir drei Sterne kriegen eben, ah, drei Sterne haben wir, nice, so, da hinten ist auch der Helikopter, weil ihr seht auch da, auf dieser Brücke hier, war er gerade wieder relativ tief, ne, relativ tief, das hört sich so komisch an, so, wir fahren jetzt mal zur Brücke, denn da war der Helikopter gerade relativ dicht, der Helikopter ist noch hinter uns, siehste, siehste, hier, hier ist die Stelle, wo er am Boot, siehste, ich habe es doch gesagt, ich bin doch nicht blöd, so, jetzt muss er irgendwie versuchen zu überleben, also hier, müsste er ungefähr, ich glaube, hier konnte er einfach nicht runter, weil da dieses Bauwerk im Weg ist, bitte jetzt nicht sterben, boah, wenn ich jetzt gestorben wäre, ne, ich bin aber legen, nochmal ins Auto rein, lieber vorsichtshalber, bis der Helikopter wieder kommt, okay, er kommt doch schon wieder, ja, hier seht ihr, steigt da, warum steigst du jetzt nicht ein, ah, wir sind drinnen, ja, ja, boah, sorry, ja, ich habe es doch gesagt, man, ich habe es doch gesagt, warum habe ich, ach so, weil ich ein bisschen Leben verloren habe, ich dachte, das ballert noch jemand auf mich, boah, das lädt sich ja gleich wieder auf, ich habe es doch gesagt, ich habe da diesen scheiß Helikopter bekommen, boah, ich warte nochmal kurz eben, dann werde ich euch gleich, ich werde euch gleich in Ruhe erklären, wie das jetzt funktioniert hat, boah, ich will nur eben kurz die Bullen loswerden, ja, mein Gott, ich wollte es doch sagen, übrigens, ich habe gerade rumgegoogelt, auch noch nebenbei, und kein einziger hat diesen gleichen Trick, wie ich jetzt hier rausgefunden habe, also bin ich gerade der Einzige, jedenfalls hat das keiner aufgenommen, meine ich jetzt, jedenfalls bin ich jetzt der Einzige, der das hier aufnimmt, deswegen, also den Trick habe ich auf jeden Fall selber gerade rausgefunden, so, ich werde jetzt mal eben kurz hier landen, oh, ist das geil, ich schwöre es dir, das war gerade so krampfig, ich war gerade richtig im Rage-Mode, vielleicht habe ich das ja auch noch mit reingebracht, so ein paar Rage-Momente, auf jeden Fall hat es jetzt geklappt, richtig cool, ich wollte es doch sagen, mein Fehler vorhin war es einfach, als ich hier ein paar Mal war, ich bin ja so weit jetzt, ich bin ja hier in der Mitte rumgelaufen, das Problem ist einfach nur, der Helikopter kann natürlich hier nicht auf dem Boden fliegen, wenn hier diese Gitter hier im Weg sind, wie soll der Helikopter dann hier auf dem Boden, ja, sein, wenn ihr diese Location hier nehmt, ich werde euch die Location, sie funktioniert hundertprozentig, ihr habt es gesehen, ich habe einfach nur einen kleinen Fehler gemacht, ihr dürft auf jeden Fall nicht in der Mitte hier rumlaufen, ihr müsst auf jeden Fall, ja, vor diesem Geländer hier rumlaufen, sag ich mal, hier wird der Helikopter auf jeden Fall landen, und hier könnt ihr euch den dann auch schnappen, es hat auf jeden Fall geklappt, ihr habt es ja gesehen, richtig cool, also nochmal, ne, falls ihr es noch nicht ganz verstanden habt, wenn ihr hier zur Brücke fahrt, ihr müsst drei Sterne haben, damit ihr übrigens den Helikopter bekommen könnt natürlich, dann fahrt ihr hier her, ihr haltet hier vorne an, das könnte vielleicht auch, glaube ich, auf der anderen Seite, müsste es genauso gehen, ihr haltet bis hier, ist alles okay, bis hier könnt ihr den Helikopter noch kriegen, doch alles, was hier drin abfindet, also hier stattfindet, was hier drin vor diesen Gittern ist, da kann der Helikopter natürlich auf dem Boden nicht landen, oh, diese scheiß Autos hier, aber alles, was hier vor ist, hier überall, hier vor dem Gitter, also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine, hier kann der Helikopter auf jeden Fall landen, und hier könnt ihr den auch kriegen, boah, ist das Hammer, das war jetzt ein richtiges Glücksgefühl, Alter, ja, den Trick von Gaming Grizzly, den habe ich nämlich ausprobiert, den wollte ich eigentlich jetzt in dieser Folge mit reinbringen, bis mir gerade beim Schneiden das aufgefallen ist, dass der hier vorne, war ja ja relativ unten, deswegen habe ich gerade auch gesagt, merkt euch bitte die Stelle, weil ich das jetzt auch nochmal ausprobieren wollte, und es hat geklappt, also ihr wisst jetzt auf jeden Fall, boah, ist das geil, Alter, das ist ein richtiges Glückgefühl, diese Location, hier könnt ihr den Helikopter kriegen, und falls ihr es immer noch nicht verstanden habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich dazu gerne nochmal ein Video, in dem ich das euch nochmal zeige, natürlich in einer kürzeren Zeit, wo ich euch das nochmal genauer zeige, aber ich glaube, man kann das jetzt relativ gut verstehen hier, da habe ich es euch nochmal angezeichnet, da wo ich dieses Kästchen mit dem Pfeil reingemacht habe, da ist es ungefähr die Fläche, wo der Helikopter auch landet, und oben da beim Gitter habe ich ein X gemacht, da landet er halt nicht, also da bei dem Kästchen, so in diesem Bereich, da landet er auf jeden Fall, da seid ihr, ja, da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass der Helikopter da auf jeden Fall landet. Also alles was, guck mal, wenn ich jetzt hier so reinfliegen möchte, hier natürlich, hier bei den Gittern, da kann ich natürlich auch nicht hier landen, da kann ich hier nicht runter, aber alles was hier vor den Gittern abspielt, also ich sage jetzt mal Gitter, hier siehst du, hier kann ich perfekt landen, und so hat der Polizist natürlich auch gerade landen können, weil ich wollte nämlich auch sagen, diese Höhe hier, die müsste doch ausreichen, ja, ich mache mich jetzt gerade voll schwindelig, weil ich mich gerade voll gefreut habe, naja, hat auf jeden Fall geklappt, ich bedanke mich für's Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Magix. Denk nur noch da oben ab. Oh, ich zeige euch in diesem Video, wie ihr den Hubschrauber bekommen könnt, für die Leute, die das scheiß Spiel hier kennen, und die sich immer wieder fragen, woher man diesen Helikopter kriegt. Bin ich denn jetzt blöd, inkompetent oder sonst irgendwas, wie kommt mich denn da in dieser scheiß Brücke jetzt hoch? Bin ich denn jetzt total besoffen, oder was? Hier ist doch nichts, wo ich hoch kann. Ist das eine echte Brücke? Ja, oder? Eine echte, oh, jetzt brennt mein Auto schon wieder. So oft hat noch nie in diesem scheiß Spiel mein Auto gebrannt. Weißt du was, du Fotze? Such dir einen anderen Freund, ich mache Schluss mit dir. Wie komme ich denn diese scheiß Brücke da jetzt hoch? Tschüss. Totschlag. Wuhu. Ich habe einen Totschlag. Ich habe diesen verdammten Helikopter getötet. Alles klar. Richtig scheiß auf dieses Spiel. Richtig scheiß auf dieses Spiel.